Hey Leute, ich bin Mary und heute werde ich Mama Claus mit dem Boob Kids Avatar Creator erstellen. Okay, gehen wir zu Boob Kids und klicken wir auf Avatar erstellen. Mama Claus ist erwachsen. Okay. Also, los geht's. Wie sieht ihr Gesicht aus? Das hier gefällt mir. Okay, und jetzt die Haare. Für genauso tolle Haare wie beim Weihnachtsmann. Schau mal. Hm, ich möchte eine andere Frisur auswählen. Es gibt einfach so viele Frisurenoptionen hier bei Boob Kids. Schau mal. Okay, das sieht ziemlich gut aus. Also, Mama Claus hat offensichtlich keinen Bart. Aber bestimmt sind ihre Wangen im Winter vor Kälte etwas gerötet. Und jetzt zu den Augen. Schau mal. Sieht sie nicht süß aus? Aber jetzt zu ihren Augenbrauen. Sogar für Augenbrauen gibt es ganz viele Möglichkeiten bei Boob Kids. Schau mal. Und jetzt zu den Augenbrauen. Sogar für Augenbrauen ist die Brille. Und jetzt zu den Augenbrauen. Sogar für Augenbrauen ist die Brille. Sogar für Augenbrauen. Jetzt aber zur Brille. Okay, diese sieht toll aus. Und jetzt die Nase. Die Nase sieht eigentlich schon gut aus. Also werde ich nichts mehr ändern. Und jetzt der Mund. Sieh mal. Ihr habt bestimmt schon gesehen, dass Boob Kids auch eine Gesichtsverfolgungsfunktion hat. Es ist einfach so cool. Diese Funktion ahmt Bewegungen nach. Meine Gesichtsausdrücke. Also schau mal. Einfach unglaublich. Und jetzt zur Kapuze. Mama Claus Kapuze ist rot wie die vom Weihnachtsmann. Und welche Form? Hm. Nein. Genau. Das ist super. Und welche Achse war es für Sie? Schau dir das an. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Und nun zu den Extras. Das gefällt mir besser. Oh wow. Richtig schön bunt. In Ordnung. Und nun geben wir dem Avatar noch einen Namen. Hätte ich fast vergessen. Aber jetzt. Mama Claus. Mama Claus. Und jetzt sind wir schon fertig. Für Mama Claus habe ich weniger als 5 Minuten gebraucht. Das Ganze war mit dem Boob Kids Avatar Creator richtig einfach. Du kannst Boob Kids auf iOS und auf Android Geräten installieren. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. voll tribesisch. Bes estuvisyon.